Berlin, ihr seid von Kurzarbeit betroffen und erhaltet nur einen Bruchteil eures gewohnten Einkommens, euer befristeter Arbeitsvertrag wird nicht verlängert oder ihr werdet trotz eurer Fähigkeiten nach der Probezeit nicht übernommen? Kein Grund zur Panik, wenn ihr bei eurem jetzigen Arbeitgeber keine Perspektiven mehr seht, kommt zu Küchen Aktuell in Berlin. Die Firma sucht derzeit Küchenmonteure MWD für ihr Logistikzentrum in Berlin-Mariendorf, auch Quereinsteiger oder Selbstständige sind willkommen, die nun Lust auf ein Anstellungsverhältnis haben. Wir haben für euch die wichtigsten Infos zusammengetragen. Karriere bei Küchen Aktuell Küchenmonteure MWD bei Küchen Aktuell planen mit Leidenschaft und viel Engagement anspruchsvolle Küchenarchitektur nach Kundenwunsch. Und es hat im Prinzip jeder Bewerber eine Chance auf Einstellung. Eure Fähigkeiten Handwerkliches Geschick und die Fähigkeit für eine flexible und präzise Arbeitsweise Spaß daran, handwerkliches Geschick beim Aufbau von Küchen unter Beweis zu stellen. Besitz eines gültigen Führerscheins Klasse B, gerne auch Klasse C1 Zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise Auch Quereinsteiger sind willkommen. Bei Küchen Aktuell kann sich jeder bewerben, der Leistungswillen und Engagement sowie ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick mitbringt. Ob mit abgeschlossener Ausbildung, einem Hauptschulabschluss, als Berufsstarter MWD, Quereinsteiger MWD oder Branchenerfahrener MWD. Dies ermöglicht Küchen Aktuell durch sein umfangreiches Einarbeitungsprogramm, bei dem ihr das nötige Know-how für eure zukünftigen Aufgaben vermittelt bekommt. Eure Vorteile bei Küchen Aktuell Festanstellung mit leistungsgerechter übertariflicher Entlohnung Fähre und pünktliche Bezahlung Zusätzliche leistungsorientierte, monatliche Prämie Kostenlose Arbeitskleidung und Smartphone für jedes Montageteam Kostenloser LKW-Führerschein C1, wird von der Firma bezahlt Sechs Wochen Urlaub Wohnortnaheinsatz Wohnortnaheinsatz Soziale Verantwortung, Unterstützung bei anfallenden beruflichen und gegebenenfalls bei persönlichen Angelegenheiten Weiterqualifizierung zur Elektrofachkraft MWD für festgelegte Tätigkeiten in der Möbelmontage sowie die Unterweisung Sanitärtechnik Schulung in der Bearbeitung von Naturstein und Mineralstoffplatten und weiteren Montagerelevanten Themen Überzeugt? So könnt ihr euch gleich bewerben Sendet einfach eine Bewerbungs-Mail mit Betrefftag 24 Küchenmonteur Berlin unter Angabe eures nächstmöglichen Eintrittstermins sowie eurer Gehaltsvorstellung an karriere-at-küchen-aktuell.info Ein paar Fakten über die Firma 1.150 Mitarbeiter 14 Küchenfachmärkte 9 Logistik- und Servicezentren 30.000 ausgelieferte Küchen jährlich Bis zu 150 Ausstellungsküchen an einem Standort Starke Zahlen und die gehören zu Küchen aktuell Seit seiner Gründung 1996 widmet sich das Familienunternehmen Hauptsitz in Braunschweig-Stöckheim mit größter Leidenschaft der Gestaltung des perfekten Kochbereichs und ist heute Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen Aber das ist noch nicht alles, das stetig wachsende Unternehmen zählt sogar zu den umsatzstärksten Küchenfachmärkten Europas und genau deshalb ist euer Arbeitsplatz gesichert Sogar in der derzeitigen Krise ist bei Küchen aktuell Kurzarbeit ausgeschlossen Bis Ende 2021 ist das Unternehmen mit Aufträgen und in der Logistik voll ausgelastet Oberste Priorität für das Unternehmen hat eine qualitative kunden- und serviceorientierte Küchenvermarktung, deren Erfolg nur durch den täglichen Einsatz hervorragender Mitarbeiter gewährleistet werden kann und zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beiträgt Durch ein umfassendes Qualifizierungsangebot sowie durch ein eigenes modernes Schulungs- und Konferenzzentrum wird eine stetige Weiterbildung der Mitarbeiter MWD gewährleistet Also zögert nicht, sondern sendet eure Bewerbungsunterlagen mit eurem nächstmöglichen Eintrittstermin sowie eurer Gehaltsvorstellung mit Betrefftag 24 Küchenmonteur Berlin via Mail an karriere-at-küchenaktuell.info Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020